Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online mit den vier beiden drei lustigen zwölf. Sag mal hallo. Mal wieder. Hallo. Ausnahmsweise müssen wir heute hallo sagen. Ja. Freut mich. Und ja, mein Auto sieht top gepflegt aus wie immer. Top in Schuss. Es ist komisch. Komisch. Egal. Aber wir sind... Er hat ein komisches Auto. Das sieht wirklich komisch aus. Ihr könnt euch das ja angucken. Ähm. Ja. Wir sind heute wieder hier unterwegs, um Missionen zu machen, Jobs zu machen, Geld zu verdienen. Und der Dunkelzahn hat uns auch schon einen neuen Job rausgesucht, einen, den wir noch nicht gemacht haben. Nämlich. Äh. Geschäftsschädigung von Geralt haben wir bekommen. Und zwar müssen wir auch wieder Kokain besorgen. Okay. Dann. So. Einladung ist wie gesagt raus. Achso. Zack. Wird heruntergeladen. Los geht das. Tritt bei. Ihr habt... Habt ihr noch? Braucht ihr noch was? Ich äh... Moment. Spannzeug noch. Ich bin soweit. Zieh dir mal eine Brille auf. Okay. Das sieht ja grässlich aus. Was denn? Als ob dein Ehemann dich geschlagen hätte. Feilchen schon wieder. Feilchen. Sehr geil. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Gut. Job startet. Also, mein Auto ist jetzt unverkennbar. Man kann es von deinem definitiv unterscheiden. Sehr schön. Nein. Es ist zweifarbig. Okay. Pink blau? Ja, nein. Aber... Ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Wo ist mein Motorrad? Wo ist mein... Wo ist mein... Da ist mein Motorrad. Super. Super. Stieh das Koks. Dann markieren wir doch mal das Koks. Macht jemand eine Markierung? Ja. Hab ich schon. Hat er schon. Los geht's. Oh, schick. 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 Sieht gut aus. Danke. Ich sehe euch noch nicht. Da. Ihr seid ja schon unterwegs. Aber frohlich. Ja, der Sentinel hat eine hervorglänzende Straßenlage. Und nein, ist ein Zweisitzer. Jo. Ah, da waren Gleise. Jetzt sieht der Wagen natürlich nicht mehr ganz so schick aus. Aha, aha. Ich palle mal die Lage. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Haben wir gute, gute Chancen. Das ist doch der gleiche Job wie gerade. Fast. Nee. In der gleichen Gegend aber. Also Gegend, ja. Selber Job eigentlich. Ja. Naja, schön, dass die Herren auch mal kommen. Ja, ich dümpel die ganze Zeit hinter der Mücke her. Aber ich glaube, guck mal, wir können hier super von hier oben da runter ballern. Jo, machen wir das doch. Schön in die Kurve fahren hier. Ja, sobald ihr bereit seid. Ich bete dann an, mit meinem Wagen runter zum Fahren. Koks schnappen, hochkommen. Ja. Auf, fangen wir an, oder? Auf, drüü, ins, zwü, drüü. Jo, los. Es ist ein Ambush. Alter, da lebt nichts mehr. Doch, da lebt noch was. Wie kann da, wie, wie konnte das passieren? Da! Ist down. Und einer runter. Ah, Mücke ist schon auf dem Weg. Tanz für mich! Furchtagschan, furchtagschan. Eigentlich schießen sie gerade Scheinwerfer aus. Äh, still das Koks, das liegt ja immer noch. Bin doch drüber gelaufen. Können die von hier aus den Handy verpassen. Äh, jetzt hat er es aufgenommen. Ist das schlimm, wenn ich die deine Reifen kaputt schieße? Äh, vielleicht. Also ja, ist es. Okay. Dann lass ich's. Ich hab da vorhin schon mal einen kleinen Streit mit dem an Dunkelzahn angefangen. So, so. Ja, ging tödlich aus. Für beide Parteien. Ihr seid ja drauf. Ja, natürlich für beide. Ihr seid ja drauf. Ja, das war jetzt einfach. Das war tatsächlich sehr einfach. Oh, da kommen noch Freunde. Erste Auto ist schon ausgeschaltet. Ops, sorry. Supergeil gemacht. Supergeil gemacht. Das war gar keine Absicht. Du bist ein Idiot. Das ist halt das Problem, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist. Nein. Das ist das Problem, wenn man solche Mitspieler hat. Nein, das ist grundsätzlich das Problem, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist. Du fliegst direkt runter. Da kann ich nix dafür. Der schert halt ein bisschen aus. Nicht war's gewohnt, dass du schneller weg bist. Ich schert ihr auch gleich aus, du. Ops. Ich bin's halt gewohnt, dass du schneller weg bist und nicht mehr noch deinem Weg rumstehst. Mann. Das hat er voll mit Absicht gemacht. Nein, hat er nicht. Hat er. Hat er wohl. Es gefällt ihm vielleicht ein bisschen, dass er es getan hat, aber nein, das war keine Absicht. Weil es sah schon cool aus. Es sah sehr cool aus. 12.000? Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ob das gut aussah. Ich würde mich freuen über positives Feedback. Stärkt mir den Rücken, Leute. Gefiel mir gut? Nein, war gelogen. Gefiel mir gar nicht. Nein, war aber ein schöner Abgang. Jeder kann irgendwas. War ein schöner Abgang über die Brüstung. So. Karabine und Turbinen würde ich empfehlen. Ja, haben wir noch nicht. Oder der Gutmensch. 1 bis 4. Die Wertung von Karabiner und Turbinen ist besser. Nehmen wir die. Alles klar. Gut. Host überstimmt sowieso. Ist das so? Host überstimmt. Also Host wählt am Ende eigentlich aus. Wart man nicht mal Host? Üben. Nein. Karabiner und Turbinen. Schwer? Schwer? Ja, schwer, oder? Ähm, ja. Mach schwer halt. Seid ihr bereit? Jo. Jo. Los geht's. Oh, Woke, du hast da was. Was? Genau in der Mitte. Hier ein Einschlussloch im Bauch. Hab ich schon gesehen. Aber voll rein. Äh, ja. Da bitte auf die schnellsten. Ach, wir werden direkt hingebordet. Ist doch scheiße, langweilig. Ne, braucht eigentlich... Es stiehlt den Transport. Das ist es. Als wir ins Auto treten. Auch geil. Alter! Ey, Woke, was machst du denn? Wenden in fünf Zügen. Was denn sonst? Wenden. Das war doch keine Wende. Das war... Naja. Wow. Ich bin direkt tot. Scheiße. Was ist da denn los? Naja, bewaffnete Typen, hätte ich gesagt. Stiehlen den Transporter? Dann darf ich den nicht kaputt machen, ne? Nein, darfst du nicht. Das ist doof. Ich sehe nichts. Das macht nichts. Wir auch nicht. Irgendwas schießt hier noch. Au. Weg hier. Verrecke, endlich. Das war die Quest, wo ich heute Nacht meinen Test streamen hatte, ne? Ist das so? Mhm. Und, war es gut? Ja, da hatte ich... Dachte ich, ich hätte alle erwischt. und wollte ich gerade in den Van einsteigen, dann kam einer und... stand einer da hinten mit der Schrot. Toll. Dann hab ich weggeschrotet. Einer ist noch da, irgendwo. Und da steht, klebt er auf. Hab ihn. Wir fänden den Transporter, okay. Kommst du? Oder fährst du, fährst du privat? Wenn du im Transporter mitfährst, kannst du wenigstens den Transporter schützen. Wisst ihr, was da drin ist? Was denn? Koks. Du wirst es gleich sehen, wenn du einsteigst. Okay. Einfach mal die Kamera drehen oder so. Du musst den Berg hoch. Sprengstoff. Nö, muss den Berg runter. Eigentlich, ne? Da hinten, da kann ich doch hier geradeaus durch und dann nicht. Jo, theoretisch. Man, wir sind ja, wir sind ja nicht an Fahrwege gekommen. Ist ja nicht mehr für Speed, ne? Irgendwann steigen wir da links noch ein, ne? Irgendwann. Wir fangen einfach hier runter. Köffelt ein. Über die Gleise und so. Ja. Streit ist hinter uns. Äh, Streit ist halbwegs auf der Strecke. Ich bin rechts von euch. Ich hab hier noch ein bisschen. Ja. Eui, 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 ich hätte einen Geländewagen nehmen sollen. Mein Auto ist gerade nicht so fit für sowas. Überstockung über Stein. Solange du hier auf so einem Terrain fährst, kann ich nicht wirklich zielen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wieso? Ich hab den in den Tupper getroffen. Ja, okay. Der zählt nicht. Oh, ich hab nur den Fahrer erwischt. So, besser? Ja. So kann ich zielen. Ja, wir sind jetzt hier gleich da. Travers Wohnen. Ah, zu meinem Freund Trevor. Travers Wohnen. Travers Wohnen. Travers Wohnen. Meinem Namensvetter. Also, Nachnamen. Egal. Der Mücke ist sonst... Oh, Golfkart? Rums. Rums, Golfkart. Ja, der Mücke hatte hier eine nette Begegnung der dritten Art. Super. Was? Hör die Tür ab. Jo. Klein war. 11-7. Ist okay. Bestimmt. Okay. Kann man machen? Kann man machen. Muss man aber nicht. 11-7? Gefällt gut. Kaufe Munition. Standardpanzerung. Setze fort. Wir sind halt erst jetzt in der... Jetzt gefällt mir gut. Fortsetzen. Ähm. Bum, 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 bum. Von den Bösen stehlen. Tot von oben. Hackerangriff. Der Einführung aus El Burro. Was hat die meiste... Die beste Bewertung hat Rückführung aus El Burro. 89%. Nehmen wir die? Jo. Jo. Ja gut, da wir halt... Da wir halt in den Drops bereit drin sind. Da wir was drin sind? Wieder schwer, oder? Ja, schwer. Jo, ja, schwer. Da wir wo drin sind? Äh, ja. Ihr seid noch nicht beigedreht. Steht bei mir. Ich bin schon drin. Jetzt. Jetzt ist es umgeschaut. Ähm. Da wir den Job nicht verlassen, werden wir halt immer wieder vor den nächsten Job direkt hingeportet. Also wir haben Laufwege von Null, oder so. Ist doch geil. Das ist nicht schlecht. Finde ich auch gut. Also relativ kurze Wege, würde ich sagen. Ja. Aber lass mich raten, wir müssen etwas klauen. Bring den Dominator zurück. Auto. Der Dominator? Ist das nicht der Monster Truck? Ähm. Ne, eigentlich nicht. Das dürfte doch... Hat das der Liberator, ne? Der Liberator, genau. Wow. Ich hab was ziemlich dummus getan. Ich seh's, deswegen helfe ich dir. War es super. Lass die mal alle hinter mir her. Achso, ich hab sie jetzt einfach überfahren. Oder so. Okay. Läuft. Situation gerettet. Langer Höhe. Ich bin da ein Hastrach. Wie oft hier der Begriff fucking piece of shit vorkommt, ist der Knaller. Hi, ich hab den Dominator. Ich bin down. Au. Das war ein Meter zu viel, du tipp mir allein. Guck, dass du deinen Arsch hier reinschwingst. Hinter uns dann gleich. So, Vorsicht. Es wird exklusiv. Verdammte Axt. Haben sie mich erwischt? Ja, ich brauche, ich brauche unbedingt die Mikro-MP. Das geht nicht anders. So, das heißt, der Dominator steht immer noch rum, ne? Nein. Wir fährt mit dem Dominator weiter. Mücke fährt mit dem Dominator weiter. Wenn der Mücke gut und schnell ist, dann bringt er den Dominator zurück, bevor quasi er gestirbt. Er gestirbt. Er gestirbt. Er stirbt. Er stirbt und du hast gerade vorausgesetzt, dass ich ich schnell und gut bin, ja? Naja, vielleicht schnell, aber nicht gut. Doch, super. Hm, klappt doch. Klappt doch. Klappt doch. Klappt doch. Raus. Passt. Ja, genau. Puh. Geparkt. Job bestanden. Siehst du, hat alles gefasst. Ein Traum. Jetzt haben wir gerade 5, 5 nur. Das war die Aufregung nicht wert. Dafür ging es super schnell. Äh, ja. Munition kaufen. Ja. Bei mir ist jetzt gerade das Video durchgelaufen. Hattet ihr überhaupt ein Video? Nein. Nein. Da ich nicht dabei war und da war ich nicht dabei, warst du das Video. Aber macht ja nichts. So, was haben wir denn noch? Ähm, Der Gutmensch. Gewaltsame Übernahme haben wir noch nicht gemacht. Habe ich schon ein Häkchen dran. Ebenso. Ansonsten der Gutmensch. Ja. Da haben wir noch kein Häkchen dran. Ach so, gewaltsame Übernahme haben Mirko und ich zusammen gemacht, glaube ich. Und haben wir auch zu dritt auf den ersten Chars gemacht. Ja. Wobei das ja jetzt hier egal ist. Wieder schwer? Ja. Wieder kein Radio, bitte. Ja, ja. Ihr seid dann bereit? Ja. Gut, ist gestartet. Geht gerade gut. Guten Lauf. Läuft gut, ja, 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 ja. Ihr sagt immer einmal mit Profis, ihr habt das ja gerade alle drei in einem Spiel. Also, nicht auf, aber also, bestimmt nur nicht in unserer Sitzung. Na, stiehlt die Autos. Zwei Stück. Das war doof. Lass mich eins nehmen. Mücke. Ach so, du möchtest eins nehmen, dann ist es klar. Ja, 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 alles gut. Ich habe ja auch bereits zwei Sterne. Ich auch. Kommst du zu dem Fahrzeug oder nicht? Ich denke schon, ja. Weil ich wäre gerade dran. Ja, dann steigt ein. Steigt ein, guckt, dass ihr da rauskommt. Weil da sind, glaube ich, sechs, sieben Streifenwagen und wegzüglich. Sie wollen, dass ich einen Mini klaue? Jetzt komm, dann lass mich dran. Oder was davon muss ich jetzt klauen? Den weißen? Den weißen, ja. Ja, da sitzen wir beide drin. Achtung, die Bullen kommen. Oh, ihr werdet sowas gut gestern. Das ist kacke. Ja, wir haben ja ein kleines Problem. Ja. Kannst du sie mal weg? Granat, fahr so weit wie im Echtdown. Fahr so weit wie möglich rückwärts in die Garage rein. Oh nein, das bin ich am Arsch der Welt hier unten. Ich muss ganz rumrennen um den Gebäudekomplex. Hältst du noch durch? Ich komm raus, ich komm raus, ich komm raus. Hau ab. Hau ab, das ist witzig. Mein Auto steht am Arsch der Welt. Meiner steht links vorm Gebäude. Ich hab einen. Der schwarz-rote. Ich hab einen. Gut. So. Cloud habe ich ihn. Jetzt muss ich nur noch vor den Bullen wegkommen. Mit einem Platten. Scheiße. Verdammt. Das ist doch wieder professionell gewesen. Der kommt zu dir. Du weißt, wo du hin musst, ne? In die andere Richtung. Herzlich willkommen zurück. Mein Headset hat sich mal kurz abgeschaltet. Nein, ich weiß natürlich nicht, wo ich hier muss. Andere Richtung. Andere Richtung. Äh, ja. Ich versuche nochmal schnell hier die Bullen loszuwerden. Ich versuche gerade zu gucken, wo du bist. Aber du fährst mit einem Affenzahn in irgendeine völlig verkehrte Richtung. Achso. Ja, weg runter. Fahr immer weg runter. Ja, ich will bloß schnell die Sterne wegkriegen. Achso, ich sehe sie mich nicht. Alles klar. Ja, ja. Dann komme ich direkt zu dir. Was zu die Bullen noch am Arsch, nein. Nein, nein. Alles klar. Jetzt habe ich auch wieder die Krise gut. Okay. Oh. Immer noch einen Platten? Ja. Scheiße. Auf Felge? Ist das was selbst aufblasende Reifen oder was? Auf Felge? Nein, noch nicht auf Felge. Selbst flickende und aufblasende Reifen sollte mal einer finden. Äh, gibt es in gewissem Maße für die Sonderluxusausstattungen und des Militärs gibt es schon, ja. Oh, Baum. Alter, wo zum Teufels hat die rumgepiezt. Ich bin einfach nur vor die Bullen weg und da habe ich nicht darauf geachtet, wo ich hinfahre. Ich habe noch 1,2 Kilometer, ja. Ja, aber fahre jetzt die nächste links. Ja, ja, ich habe Navi sagt mir wohin. Boah, geht doch weg. Mann, der liegt auf seiner Hupe. Der nervt. Schön, dann vierfaches 360 habe ich gemacht. Das ist doch schön. Das ist voll die Heckschleude, das Ding, was ich habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da hinten bei den Bullen noch rauskomme. 11.000. 11.000? Läuft doch. Saugut. So, nächster Job, oder? Ja, ich würde sagen, wir machen erst ein Folgenpäuschen und dann freue ich mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch, bitte. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne einen Daumen runter und am liebsten auch einen Kommentar, warum es euch nicht gefallen hat, denn wir wollen ja besser werden. Und ja, nochmal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt GTA Online mit den vier beiden drei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.